So, willkommen zurück zu DayZitSarani, die dritte Folge jetzt erst, ja, die dritte Folge ist das, zusammen mit Bohm, hallo. Hallo. Fützi ist leider verhindert, er kann ja da gerade nicht mitspielen. Und wir sind in, also ich in Paraiso und du am Airfield von Paraiso, ne? Am Airfield. Ich bin gleich auf dem Hügel, wo ich letztens mal war. Ja, genau. Wir haben nämlich letztes Mal schon aufgenommen, allerdings, ja, Bohm war ein bisschen verschnupft und die ganze Aufnahme war auch ziemlich merkwürdig auf jeden Fall. Deswegen haben wir dann gesagt, ne, die verwursten wir mal nicht und nehmen jetzt das hier, hoffentlich, nehmen wir das hier. Und wir gehen auf jeden Fall erst mal zum Airfield und am Airfield ist ja der, der Horror. Das letzte Mal hatten wir einen Haufen Leute und ein Auto ist explodiert, einen Haufen Action, was auch immer. Das ist ja völlig krank, was da abgeht. Und wo ist denn der Supermuskel jetzt hin? Also ich bin jetzt da, wo ich letztens war auf dem Berg. Okay, warte mal. Sieht mich ein Zombie? Ne. Ich markiere mir mal die Stelle, wo du bist, mit dem Berg. Ich hab halt null, null Ausrüstung. Ich könnte jetzt zu dir kommen oder du bringst mir was mit in den Klänigkeit, wenn du noch was hast. Ja, dann bring ich dir was mit. Ich ist doch der Supermarkt. Warte hier auf dich. Du kannst natürlich auch zum Supermarkt kommen, vielleicht liegt da eine Waffe. Wäre jetzt ziemlich heiß, wenn ich jetzt immer am Airprobe bin, weißt du? Ja, gut, ja. Ich hab ja auch, stimmt, ich hab ja auch nichts. Ich hab ja bloß die Winchester noch aufgenommen letztes Mal und dann war's das. Ja, man hört ab und zu so ein Klingeln und Pochen. Das ist, wenn ein Boben sich mutet, kurz. Wegen Niesen und Husten, dass mich noch ein bisschen verschnupft. Mal gucken. Ja, scheinbar mal, ob keiner guckt. Genau. Wie soll ich's abgehen? Okay, haben wir hier was zu trinken? Alles leere Dosen, nachher mal drauf. Ja, hier wird geschossen. Ah, Hammer. Schon. Ei, ei, ei. Wir könnten allerdings, du kommst doch nach Paraiso und wir gehen lieber... Ne, warte mal. Ich such mal noch den Supermarkt von Paraiso. Äh, den Super... Dass ich mal Supermarkt sage. Das Krankenhaus. Ja, ich weiß, du wusstest überhaupt nicht mehr, wo das war. Ich weiß nur, dass es hier definitiv eins gibt. Ach, da ist es, glaube ich. Warte mal. Die Kirche. Ich glaube, da ist der Supermarkt. Da können wir nämlich noch ein bisschen Zeug mitnehmen. Ja. Glaub ich sehen. Wer? Den Supermarkt oder den Spieler? Ne, das Krankenhaus. Meine ich ja. Ich sag drei Mal dann an einem Supermarkt. Das gibt's doch nicht. Krankenhaus natürlich. Da ist ein Spieler. Ja, wie süß. Mitten in der Mitte auf der Map, oder? Kann das sein? Und da ist ein Spieler. Wo Gebäude? Der hat sich die Knochen schon mal gebrochen. Da schießt er noch am Krankenhaus. Ich... Ich... Der ist zwar nicht bewaffnet, aber ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock hinterher von dem Packung aus dem Rücken rein... Ja, ja, erzähl mir mehr. Was hat er denn gesagt? Dass er keine Waffe hat und nicht in Ruhe lassen sollen. Scheiße, er hat einen großen Rucksack. Und das sind die, wisst ihr, die mich dann hinterrücks töten. Ganz ehrlich, da bin ich mittlerweile abgehartet hier. Einfach. Ja, äh, warte ich jetzt hier, oder soll ich zu dir ankommen? Ich warte hier, ja? Warte da, warte da. Ja, ja. Unten steht ein Auto. Da fehlen bloß ein paar Reifen. Okay. Ein schwarzer Van. Na, jetzt. Alles packt du dann raus. Da sind schon drei Blutpacks drin. Ja? Wenn du dann rausgehst, müsstest du ja gerade runterkommen, ne? Dann ich dann raus. Dann mal sehen, ob ich dich dann sehe. Dann mal sehen. Ich habe jetzt drei Blutpacks. Also ich brauche diesen, dieses Krankenhaus jetzt auch nicht. Ja, für Leute, die jetzt bei mir, die jetzt hier zuschauen und sich denken, ja, warum ich Noob jetzt einen unbewaffneten Typen abknallt musste, das hängt einfach damit zusammen. Wo rennen hier jetzt Zombies? Das hier hinten wirklich, hier schießt einfach jeder auf jeden. Das ist so, hier ist voll der Anziehmagnet für alle Spieler, weil das die relativ größte Stadt und der A4, die hier noch ist. Ähm. Und du bist ein Spieler? Bist du das? Ich renne hier gerade auf so eine Plattform beim Krankenhaus hoch, daneben. Okay. Ich werde das wahrscheinlich sein. Wo habe ich jetzt den Berg markiert? Bin ich doof? Welche Richtung ist denn das nochmal? Na ja, er fehlt. Was rum, er fehlt. Da hinten der Berg, ja. Komme ich jetzt hier runter? Nö. Alter, wo laufe ich denn jetzt hier lang? Nee, ich habe keinen Bock, hier in die Sackgasse zu rennen und dann die Zombies hier. Jetzt rennen Zombies hinter dir, ja, kann das sein? Ja, ja, ja. Bist du gerade auf so einer Plattform irgendwo? Ja, genau. Ah, hier kann ich runter. Hier kann ich runter. Hier ist die Sackgasse. Weg. Kann ich, kann ich ja dann mal so führen, dass du an dem Auto vorbeiläufst? Ja. Wenn ich dich sehe. Natürlich gerne noch versuchen. Du wirst jetzt vorne raus, ne? Genau, ich kann dich hier klären. Dann halte ich mal links. Ja, von mir aus gesehen jetzt, ja? Ja. Genau, dann kommst du ja durch diese Häuser schluchten durch, ne? Genau, ja. Ja, ja. Und die Straße weiter runter. Ja, mach das erstmal, warte mal. Wenn ich dich dann gleich sehe. Und in der Mitte, solche Bäume müssten jetzt so sein. Hier sind so ein paar Palmen, ja? Ja, ja, genau. Ja. Ist ja schön hier, oh. Ah, Sarani ist auch an sich eine hübsche Map, ist halt ein bisschen A1, alles, da sind die Gebäude noch ein bisschen kacke aus. So, dann renn mal links. Jetzt links, ja? Ja, ich sehe dich ja gerade noch nicht. Also ich habe jetzt hier so einen riesen, ja, so einen Haufen langen, schmalen Bäume jetzt. Ich stehe jetzt hier so quer über so einen A1. Ja, ja, genau. Okay. Ja, genau, genau, jetzt. Ja. Da habe ich dich gesehen. Ach, da. Müsstest du hinter dem Haus rechts, müsste das Auto sein, da müsstest du mal gucken, was da kaputt ist. Oft wurd's gesehen. Ja, also es klappt Metal auf jeden Fall. Ich kann nicht einsteigen, äh, kann ich schon, aber da kriege ich auch small, glaube ich. Warte mal. Oh, dem geht's völlig scheiße. Okay. Dann geht's auf 12 Uhr einfach hoch. Ja, ja, das habe ich mir markiert. Ich muss bloß, die Zampis hier am besten noch loswerden irgendwie. Geh, weiter mach. Einen Berg hoch kriegst du die los. Ja, gut. Scheiß Fischer. So, dann wurde er hier schon geschossen. Der sieht mich natürlich wieder. Okay, hier hoch. Ich hoffe, ich warte wirklich los. Und hier wurde schon geschossen. Ja, für dich habe ich jetzt leider nicht so viel. Ja, er zieht ja ganz gut aus. Also, Moment. Müssen wir unbedingt looten, damit du auch ne Waffe hast. Also, zieh mich ruhig aus. Okay, bist du direkt bei der Antenne? Ja, ja. Okay, ich seh dich. Halt hocken. So. Komm mal, hier wollen wir mal hier kurz, ich weiß nicht, so ein bisschen hier an den Baum mal kurz gehen. Ja. Das war nicht... Nicht ganz so oft wir sind. So, beim Rucksack ist... 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 Rucksack ist Bandage, Antibiotika, Nehmen wir mal ein Blutpack. Immer essen kann ich mir nehmen. Naja, kannst du nehmen, was du da drinnen brauchst. Map kannst du auch nehmen und... Ach nee, die Uhr will ich haben. A Huntingknife will ich auch nicht. Ne, ne Map hab ich ja schon. Ach, hast du schon. Dann können wir die droppen. Warte mal. Das Crafting Book... Nehme ich mit halt. Ja. Denken... Nehmen das... So, da hab ich jetzt immer Blut... Antibiotika hast du ohne mal, oder? Ne, ist im Rucksack jetzt alles einmal. Ja gut, dann brauch ich es jetzt nicht. Erst mal, wenn du eins bist. Blut der Kaste, ne? Genau. Habe ich mir eins genommen. Genau. Gut. Dann mach ich mal so. Alles klar. Wie wollen wir fortfahren? Habe ich ein Fernglas? Nö. Ähm. Am besten jetzt Quick-Safen. Mit F5 ist es kurz speichern und dann wieder laden, wenn ich schiebe. Genau, kurz speichern. Das Baustell... Ja... Ich... Mit der Hangars von hinten rein. Ja, ich denke mal. Ich denke mal, das müssen wir so machen. Natürlich doof, dass du gar... Ach, man kann... Ach ja, mal ganz schnell. Man kann hier bei Sarani, vielleicht auch bei anderen Mods, weiß ich gar nicht. Man kann hier Leute außen nocken. Da rennt immer übers Spielfeld mit dem Fahrrad. Auf jeden. Übers... Übers Stadt. Was denn abschießen? Naja, nicht im Lauf. Das treff ich nie. Aber vielleicht bleibt der stehen. Der will bestimmt... Lass mal weiter zu den Hangars gehen. Ja, machen wir doch gerade. Ja. Der will bestimmt mal stehen bleiben irgendwann. Aber ich will gar nicht wissen, wie viele Scharfschützen jetzt wahrscheinlich auf ihn rauf gucken. Das ist ja... Mal ganz kurz für die Leute. Ja, bitte. Also ich bin ja den Hügel schon lang gelaufen, hab noch niemanden gesehen jetzt hier. Ich bin ja von hier schon gekommen. Ja. Ich weiß ja, ob die hier rumcampen irgendwo. Das letzte Mal war wirklich... Ey, das... Von vorne bei den... Bei den Hangars und so. Bei den Gebäuden. Der ist an dem ersten Gebäude. Da geht jetzt Richtung... Gegenüber von dem Tower. Da geht er jetzt hinten rein gleich. Da steht ein Helikop... Da steht ein Helikop... Da steht ein Helikop... Ja, ist so kaputt oder sowas. Ich würde... Hier kannst du kurz mal rennen, dass wir näher rankommen. Also schneller näher rankommen. Komm so rum. Hm. Wird's taktisches Vorgehen hier. Ja, ich hoffe, das geht diesmal auf, die Rechnung. Ach, FPS. Man sieht sogar jetzt im Debugmonitor rechts meine FPS. Das ist ja peinlich. Jetzt sieht man die immer, dass ich bei 30 bin. Ist ja Aufnahmen. Ist ja eh so. Da wird das ja geriegelt. Sehe ich ihn leider nicht mehr von hier. Wollen wir von hier aus hochgehen? In Richtung Heli oder... Über die Hangars? Also weiter rein, sozusagen. Weiter noch hoch. Ich kann's gar nicht beschreiben. Ich würde sagen, wir gehen da hier rum. Vielleicht treffen wir den noch. Gut. Ob der eine Waffe hatte, hast du nicht so erkannt. Du musst... Der hat eine Waffe gehabt. Also du musst schießbereit sein. Ja. Bin ich auch. Der ist jetzt bestimmt... Der geht 100 pro den Tower jetzt da ab. Der da ist. Dieser Funkturm. Und dann... Denk ich mal, geht er zu den Hangars. Hier sind wir eigentlich relativ gut geschützt, ne? Weil das hier bergauf geht ein bisschen. Ja, ja. Das geht noch. Hm. Ich hab mir mal angewöhnt, den Leuten am besten mal erstmal in die Beine zu schießen, dass ich die Knochen breche und dann kann man sie in Ruhe abschießen. Wollen wir echt mal am besten so machen. Hinter uns rennen Zombies. Leg dich mal hin. Wo wir gerade herkommen, da rennt ein Spieler quer rüber. Also... Wiesst du das? An den Bäumen? Ja, ja. So, da... Ist der das vielleicht sogar? Ohne Fahrrad? Weißt du, das Fahrrad dir einfach zurücklässt? Okay. Ja, da wollte ich auf uns schießen, also auf mich besser gesagt. Ach ja? Ja, ja, ich glaub, da hat mich ein Visier gehabt. Scheiße, müssen wir hier... Bleib du mal liegen, Visier den mal an, ich... Ich geh mal vor. Ja. Da ist er, ich seh'n. Da ist ein Heli. Ja, von ist ein toter Spieler. Ja. Ein Typen... Ich hoffe, ihr seht das auf YouTube, wenn nicht, muss da unbedingt auf 1080p schalten. Sonst seht ihr das hier gar nicht, was ihr abgeht da hinten. Da ist der Spieler. Okay, komm hoch. Der will uns. Ja, ich komm hoch. Bin oben jetzt. Ja. Ach ja. Oh, da schießt er. Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Okay, weg hier. Hier in das Haus musst du unbedingt rein. Bin ich drinnen. Ja gut. Ich komm mit rein. Hier ist ein LS-Pack hier drüben an der ersten Tür. Wo ich bin. Warte mal, warte mal. Ich will mir nicht, dass du mir die Knochen brichst. Achso, du bist da noch gar nicht. Du bist schon durch? Ne, ich will ja gar nicht durch. Oh, hier ist... Hier ist... ...ne M16. Sehr gut. Hauptsache du... Mit 2er Muni. Hauptsache du kannst dich auch wehren. Der floppt immer einen Rucksack auf. Den kann ich aber nicht nehmen. Aber du hast einen LS-Pack, der ist besser. Also hier vorne ist dann... Ne, der ist auch weg. Ja, dann nehm ich. Der hier vorne, der floppt auch mal. Ne, warte mal, lass mich mal. Da fass ich hier raus. Ich geh links rum. Hier hinten ist sonst nix mehr. Auch keine Winchester, ne? Ne, gar nicht. Gut. Ja, jetzt ist die Frage der Typ, ne? Wo der hin ist. Das ist jetzt natürlich das Ultimate Question. Wo ist der? Der Nächster. Ich hab mir mit Schuss, dass der reinkommen will. Hast du die Tür geöffnet? Ja, ich bin schon raus. Oh, hier ist was in die Luft geflogen. Wo bist du? Im Hangar. Okay, warte, ich komm hin. Oh, hier ist ne Str... drin. Alter, ich... Hast du das gehört? Hier ist was in die Luft geflogen? Ja, ja. Ja, der Typ, der rennt uns, glaube ich, langsam auch sicher hier übelst hinterher. Du hast den M16 jetzt. Ja. Sehr schön. Hier ist ein toter Zombie. Da hinter dir sozusagen, wenn du rauskommst links rum, ist ein toter... Oder ist das ein Spieler? Spieler. Wenn ich wüsste, wie's dem Heli geht. Aber da trau ich mir grad gar nicht hin zu gehen. Ja, ich mich auch nicht. Oh, was zu trinken. Alter, bin ich grad angespannt, ne? Ja, ja, ich frag mich mal, wie... Wo ist der Pelle? Ich mach das hier auch grad voll fertig. Ja. Jetzt kommt ein Zombie aus diesem Haus raus, wo wir drin waren. Noch ein Zombie spawnen die da jetzt? Drei. Kommt rein. Ja, da spawnen die jetzt dort. Jetzt kommen die alle rausgewurstet. Toll. Hast du den schon... Hast du schon geguckt? Ne. Ich guck grad... Der hat auch nur... Ich bin... Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Von wo? Beinagier dich. Äh, vom Tower. Wir werden, glaub ich, bisniperrt. Warte, warte, der will zu mir. Ne, will er nicht. Okay. Brauchst du Blut? Ne? Kommt der nächste Zombie rein? Komm mal. Vielleicht... Ach, scheiße. Vom Tower, ja? Ich würd's sagen, vom Tower. Hm. Mal versuchen zur nächsten Halle zu... Komm, warte mal. Was macht denn der Zombie jetzt? Bafi. Ich muss mich... Ne, der liegt dort drüben. Oder hast du jetzt geschossen? Ich hab geschossen, jetzt muss ich mich bandagieren, toll. Ah, was macht man jetzt? Ist natürlich scheiße mit den Zombies, ja, ja. Warte mal. Ja, und wieder, wir rennen dann einfach raus. Oder die... Und gehen... Vielleicht verfolgen die uns auch gar nicht jetzt, wenn wir ja... Vielleicht drehen die um, oder? Ja, deswegen sind wir ja trotzdem erstmal jetzt hier drinnen gefangen. Ja, ja, das stimmt. Drüben ist ein nächster Hangar. Schaffen wir es bis zu denen erstmal, dass wir vielleicht nochmal gucken, von wo die schießen. Ja. Müssen wir ja, weil wir haben uns nicht alles übrig. Wobei wir jetzt hier drinnen eine Klatsche kriegen. Du kannst ja... Rennst du los? Dann versuche ich ja mal kurz. Von mir ist ein Spieler. Ich bin tot. Ah. Alter, im Hangar, oder was? Ja, ja. Und auf der gegenüberliegenden Seite liegt irgendein Schnellschuss-Sniper, irgendwas. Ja, ich glaube... Ja, ja. Der hat mich nicht getroffen, also. Der hat auch nochmal gerade wie bekloppt auf mich geschossen. Jetzt rennen die Zombies da zu dem Typen. Da hinten. Werde ich angeschossen. Herrlich. Aber du lebst noch. Ich lebe noch, ja. Ja, ich... War wird aus Lockmitteln wie immer. Ich habe den Typen übelst angeschossen. Ah, jetzt kommt er jetzt nicht rum. Jetzt kommt er nochmal rum. Den im hohen Kranz, oder? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Was ist denn aus dem anderen Hangar? Der hat dich abgetötet, abgeschnallt hat mit der fetten Waffe. Der hat mir so Damage gerade reingedrückt. Ich bin übrigens durchlöchert, aber ich lebe noch. Ich versuche mich gerade zu bandagieren noch. Eben. Okay, dann hast du bloß noch den, der gegenüber im Busch liegt. Ja, kann man sich ja selbst Blutpacks geben. Nee, ne? Ja, steht da beim Scrollen. Selbst Bloodpack. Ah. Na gut, ich komme jetzt bestimmt nicht bis zu dir. Tatsache. Du bist in Combat. Du kannst dir nicht einen Blutpack geben. Ich muss warten, bis die Combat-Anzeige aufhört zu blinken. Ich habe nur noch zwei. Jetzt habe ich mir die Knochen gebrochen. Da kommt der nächste Spieler um die Ecke. Das ist schon der nächste da. Ja, jetzt bin ich tot. Ego, was killt. Okay, dann könnten wir ja gucken, wo du spawnst. Ja. Ich bin Bagango. Ich muss das mal minimieren. Ich muss mal gucken, wo das ist. Ich muss mal minimieren und die Karte erst mal öffnen. Dannhedisk. Ich muss mal eine gute Zeit aufhört. Denkst. Ich muss mal immer ahead helped. Untertitelung des ZDF, 2020